So, Hallihallo und herzlich willkommen zu einem wahrscheinlich Hardcore-Flust-Spiel, aber es ist so zuckersüß. Es nennt sich Octodad Deadliest Catch und man kann es vergleichen mit Searching Simulator. Heißt, man stellt sich wirklich dämlich an. Aber wir starten es einfach mal zusammen. Ich schaue nochmal kurz in den Einstellungen. Oh Gott, ist der süß. Ist der süß oder was? Ja, Schwierigkeiten, aber machen wir einfach. Ich glaube, sonst wird es einfach zu Hardcore-Hard. Okay, das hätten wir. Grafik sieht auch ganz gut aus. Dann würde ich sagen, auf geht's. Hätte ich ein Indie-Spiel kürzlich erworben beim Steam Summer Sale. Lässt sich den Kerl gerade hängen, Mädel. Kannst du nicht sagen. Oh Gott, ist der süß. Schrecklich. Du bist, hallo, auf deiner Hochzeit. Du bist noch nicht mal fertig. Oh Gott. Oh Gott. Entferntes Gerüttel vom Tisch. Das hat super geklappt. Greife etwas per Linksklick mit einem weiteren Linksklick, legst du das Objekt wieder ab. Oh Gott, ist das... Oh, die Schlüsse. Halte die rechte Mausrasse gedrückt und bewege die Maus oder benutze das Mausrad, um deinen Arm zu heben. Oh, oh. Oh, oh. Das wurde was. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Entschuldigung. Drücke die mittlere Maustaste oder die Leertaste, um den Bein-Modus zu wechseln. Ach du Scheiße. Oh. Ach du Scheiße. Oh Gott. Okay. Ach du Axt. Oh Gott. Ich glaube, das wird nichts. Oh Gott. Oh Gott, wie? Oh Gott. Oh Gott. Warte. Warte. Ich habe meine Wunderbarung. Oh Gott. Warte. Ich glaube. Warte. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Warte. Finde und trage einen Wrack. Ach du Axt. Was soll ich denn jetzt... Oh. 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 Oh, warte. 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 Entschuldigung. Entschuldigung. Moment. Oh Gott. Oh Gott, ist das gut. Ist okay. Scheiß du. Was ist weg? Ksk. So. Warte. Warte. Warte, ich muss mal ein Stück. Stückchen. Das sieht gut aus. Oh. Kann ich nicht die Tür aufmachen? Oh Gott, wie soll ich denn jetzt bei Wrack finden? Moment. Warte. Oh. Das sieht gut aus. Oh. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh Gott. Warte. Vorsichtig. Und ein Schlüssel. Ich habe den Schlüssel. Jetzt muss ich nur noch hier wieder raus. Komm. Oh Gott. Oh Gott. Warte. Oh. Vorsichtig. Nicht die Tarsche berühren. Oh. Nein. Ich habe den Schlüssel verloren. Warte. Hoppala. So. Langsam. Aber sicher. Entschuldigung. Warte. Oh. Banan. Oh Gott. Shit. Oh shit. 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 Wo bin ich denn jetzt? Oh. Das ist meine. Meine. Oh. Das ist meine Fliege. Warte. Verdammt. 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 Warte. Warte. Das passt schon. Warte. Warte. Moment. Oh Gott. Nee. Ich will. Ja. Warte. Binde die. Wie ist. Oh Gott. Aha. Was wirst du kommen? In. An der. Was? Warte. Halte die rechte Maustaste gedrückt und bewege die Maus mit dem Maustart, um deinen Arm zu heben und zu senken. Okay. Warte. Oh. Das klappt nicht. Doch. Das klappt. Haha. So. Moment. Schätzelein. Ich bin gleich da. Warte. Ist nicht so leicht. Ich bin gleich. Oh. Entschuldigung. Alles gut. Alles gut. Das ist ein Fisch. Nein. Ich bin gut. Oh. Trauzeuge. Keine Ahnung. Was? Was soll ich denn jetzt? Darling, kannst du mir mal sagen, wo ich den Ring jetzt herkriege? Oh Gott. Warum guckt mich alles so komisch an? Oh. Oh. Ich glaube, ich habe den Ring. Nee, alles gut. Moment. Moment. Warte. Hier. Das passt schon. Oh, ist das geil. Das ist wie. Ah, ich werde viel Spaß haben. Das ist so süß. So süß. Ist das süß? Das ist aber schön so ein bisschen den Octopussy-Hype, oder? Oh, yeah. Ja. Oh, yeah. Whoa-hoo. Oh, God. Oh. Oh, God. Oh, God. Oh, this is good. Oh, God. Oh, God. Oh mein Gott, Alter. Das ist süß. Warte, ich passe durch die Null. Oh Gott. Oh, gerade so. Gerade so. Was ist süß. Oh, so verstehe ich ja übelst. Ach, das ist schon tricky. Echt tricky. Hast du eine wilde Nacht gehabt, Dr. Dett? Geh in die Küche. Warte. Warte, ich will immer gucken. Warte. Nö. Komm mit dem scheiß Ding hier aus. Nein, lass los. Entschuldigung. Warte. Hey, schau. Ich habe gerade die... Darling, ich habe gerade... Entschuldigung. Ich habe gerade... Dad. Where do rainbows come from? Was? Kurz. Warum sind hier alle Türen kaputt? Warum seid ihr alles auseinander? Sohn. Sohn. Ja, nur warum ist hier die Tür hier kaputt? Alles gut. Gut morg'n. Gut morg'n. Was? Ja. Mach Kaffee. Ich soll Kaffee machen. Oh Gott, warte. 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 So. Das hat gut geklappt. Hier ist der Kaffee. Sohn Scheiß brauchen wir nicht. Moment. Klatsch. Milch. Milch. Sie will Milch. Wo habe ich denn hier Milch? Schatz. Okay, komm jetzt. So. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das ist durchaus möglich, Schatz. Ich muss kurz... Darling. Darling. Warte. Moment, Darling. Warte. Warte, Darling. Das... isch Ami? Can I borrow your flashy glass? Hast du Milch? Your coffee is ready, sweetie. Ich komme mit der Milch. Warte. Du musst aber nachher mal den. Oh, das ist auch bei dir noch dran. Das ist auch bei dir noch dran. Ich liebe meine Dad, die Nummer 1, Dad. Was? Achtung, da ist auch noch so viel. So viel Bilder. Tut mir leid, Schatz. Schatz, Entschuldigung. Weg mit dem Shit. Gehen wir das Freudeival weg damit? Warte. Ist nicht so einfach hier. Ich will einfach den ganzen Scheiß hier weg packen. Warte mal, hier. Unkraut. Du musst das Ding hier rüberflatschen. Und das? Du musst das Ding hier weg packen. Du musst das Ding hier weg packen. Du musst das Ding hier weg packen. Warte mal. Warte mal. Schau, Jungs. Es ist so ein Problem, ich weiß nicht, wie ich es auch schon erwarte. Warte mal. Moment. Warte mal. Warte mal. Mache mal. Warte mal. Warte mal. Warte. Das wird schon hier. So. Was brauchen wir noch? Warte. Oh Gott. Jetzt mischt ich erst mal irgendwie. Jung. Musst du deinen ganzen Scheiß hier reintun. Wie soll ich denn da rankommen? Oh, ich hab's. Ich hab's. Oh. Warte. Das funktioniert doch so. Oh, ich bin der Meister des Mähers. Nicht die Blumen. Oh, das ist schwierig. Warte. Oh ja. So. So, warte. Gleich hab ich's. Gleich hab ich's. Okay, nun muss ich nur noch das letzte Ding hier treffen. Pass. Oh. Diese schwere Arbeit hier. So, was muss noch getan werden? Grille und Silvera Hambo. Achtung. So. Wir hätten hier erst mal das Ding. Ding. Warte. Warte. Das könnte fast was werden. Warte. Warte. Ich brauche noch den letzten Bürger. Ich brauche noch den letzten Bürger. Das passt schon. Die sind halt ein bisschen knackiger. Die kamer ist ein bisschen älter, honey. Any chance you know where to find an... M1, modified for motor drives? Ein Watt? Reden Deutsch mit mir Frau. Das geht, sonst ist nix. Warte. Warte. Wo wollt ihr die Bürgers hin? Warte. So. So. Möchte jemand ketchup? Ketchup. Ketchup. Nummer 1 Nummer 2 Warte Warte Scheiße, müssen wir noch jemanden Ketchup? Ketchup Ein bisschen Ketchup Hacke Feuerholz Feuerholz Moment Oh shit Hatschinge Warte Das wurde was Ich brauche noch einen Oh, warte Der ist schon fertig Den brauch ich Pack ihn Groß Warte Katschig Warte, jetzt habe ich meinen Achssalon Warte Das passt Warte Oh, das ist ganz schön tricky Ganz schön tricky Kommt die Achssalon Oh Oh nein, wo ist es? Wo ist es? I think some of my army men are still buried there Rest their souls Oh dear What? Oh no Oh, nein Oh god Oh god Oh god Haha Ah!